Die Heidenfeld Infrarotheizung HFHP103. Die Heidenfeld Infrarotheizung mit einer Leistung von 1000 Watt ist ideal für Räume von 14 bis 25 Quadratmetern. Diese Heizung ist bekannt für ihre beeindruckende Lebensdauer von 100 Stunden und wird von der renommierten deutschen Marke Heidenfeld hergestellt. Sie verfügt über TÜV und GS-Prüfzertifikate, was ihre Qualität und Sicherheit unterstreicht. Ein attraktives Merkmal dieses Modells ist die 10-jährige Garantie, die vom Hersteller angeboten wird. Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein benutzerfreundliches Soft-Touch-Bedienelement, das eine einfache Steuerung und Anpassung verschiedener Einstellungen ermöglicht. Die Heizung kann einfach an der Wand montiert werden, wobei das mitgelieferte Montagematerial die Installation erleichtert. Einzigartig ist auch die integrierte Temperaturmessung, die eine genaue Erfassung der Raumtemperatur ermöglicht. Zusätzliche Funktionen wie die Fensterauferkennung, der doppelte Überhitzungsschutz und der IP20-Schutz machen dieses Modell zu einer sicheren und effizienten Heizlösung. Mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 125 Grad Celsius arbeitet die Heizung effizient und sicher, ohne Feuchtigkeit zu erzeugen. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.